Herzlich Willkommen zurück liebe Freunde zu Let's Play Unholy. Unhöflich. So, wir sind jetzt im Untergrund. Überall Tentakel. Der feuchte Traum eines jeden Japaners. So, ey cool. Es gibt nur eine Option. Dem Tunnel folgen und einen Weg an die Oberfläche finden. Aha. Noch kann ich die Zwille nicht benutzen. Bitte bleib liegen, 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 bitte. Ich glaube, ich kann diesen blauen Kristall und meine Schleuder nutzen, um das Schloss zu deaktivieren. Schleuder ausrüsten, elektrische Geräte mit Schock deaktivieren. Okay. Klettern, okay. Machen wir sofort. Jetzt zuerst lang hier oder? Ich guck erst mal da. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Alles klar. Na du Kleiner. Ja du Kleiner. Ja du Kleiner. Ja du ist mein thing. Hmm. Ja. Yup. Mama. Deine. Du bist gut. So, was ist eigentlich mit dem hier hinten noch? Kann ich das? Was heißt denn, dass das full ist oder was? Was haben wir hier? Interessante These? Ähm. Alter. So, pass mal auf Zack Alright Gleich Munition wieder aufladen Oh, sag mal, wir haben auch coole schwarze Fingernägel Die Omi hat an alles gedacht Mit ihrer Maske Es gibt eine Kombination, die das Tor öffnet Aber wie lautet sie? Jemand muss es bedient haben Okay, lass mal gucken Wir haben hier 1 bis 5 Was kann ich hier jetzt tun? Ort in deinem Versteck, nachdem du Schaden erlitten hast, um dich zu heilen Okay, also wir heilen von selber Das ist schon mal sehr cool Das heißt, wir müssen nur viel wegrennen, Freunde Da bin ich ein Profi drin Ähm Ich muss mich umsehen Na, was haben wir denn hier? Blutverschmierte Notiz Das sieht aus wie eine Art Code-Folge Seltsam, könnte aber wichtig sein Das finden wir noch raus, wofür das ist Ich hab mir aber das Blättchen jetzt nicht genauer angeguckt Hab ich eigentlich ein Inventar? Oder sowas? Nicht wirklich, ne? Ne Na gut, vielleicht macht es das jetzt automatisch Keine Ahnung Ich, ähm Ich würde gerne nochmal auf unser Blättchen gucken Ort fahren, spielen, Option Wie kann ich denn? Sie hat es doch eingesteckt Oder? Ne, hat sie nicht Von wegen Ich dachte, ich hätte es eingesteckt So Oben, Mitte, Mitte, unten Alles klar So Oben, Mitte, Mitte, unten Großartig, das Tor ist kaputt Die Boteneingänge sind jetzt meine einzige Option Ja, hier geht DHL immer lang Stellen Sie das Paket einfach neben die Leiche Was haben wir hier? Die Seuche hat uns hier gefunden Die Ranken wuchsen von draußen herein Dick und geädert Und verbreiteten ihr Gift überall Sie blockierten den Tunnel Die anderen konnten fliehen Aber ich war krank Deshalb ließen sie mich zurück Ich kann nur abwarten Jemand wird kommen Ja, jemand ist gekommen Grüße dich Ich bin noch da Lass sie mal anschauen Ich bin noch da Warum ist hier so viel Munition? Vielleicht können diese blauen Kristalle Oder auch den Generator antreiben Aha Geräte in dieser Welt werden von Emotionskristallen Kannst du das bitte noch kleiner machen, Spiel? Ich lese es noch zu gut Okay, deswegen, liebe Freunde Deswegen ist hier überall Ich lese es noch zu gut Ähm Steh bitte auf Danke Irgendein Gas Okay Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch Wo kann ich, wo kann ich hochklettern? Was? Hochklettern? Hoch? Ähm Ich weiß nicht, wo ich hochklettern kann Ähm Halt dich da Dein Ende ist gekommen Wo hätte ich denn jetzt hochge... Musst Ja Ja Geht Halt mich! Oh no No Just Pile Halt mich! Halt mich! A pipe Has burst Some kind of gas Ich weiß nicht, wo ich hoch soll, Freunde. Hier, spring da, äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Hä? Echt, irgendwie check ich's nicht, Freunde. Weil ich komm da ja nicht weiter, hätt ich da noch irgendwie... Ach, da. Ich hab's übersehen, es tut mir leid, es tut mir leid. Ach, Quatsch. Egal, komm. Jetzt zack ich, oh, schnell, fuck, oh, oh, ich... War ein bisschen knapp, war ein bisschen knapp. Die Leiter hängt fest, wenn ich sie benutzen will, muss ich die Wurzeln verbrennen. Oh boy, okay. Seit wir von der Seuche getroffen wurden, ist es nicht mehr sicher, nach draußen zu gehen. Jeder könnte infiziert sein, selbst Freunde und Familie. Zum Glück hab ich keine Familie. Mein Miststück von Frau ist noch am Leben auf der anderen Seite, so muss ich ihre Visage nicht ständig sehen. Sie hat mir mal gesagt, wie faul ich doch wäre, aber ich bin das Gegenteil. Ich habe diese beschissenen Ranken genommen und Schnaps draus gebrannt. Ha! Wenn ich schon untergehen muss, dann auf meine Art. Seid nur vorsichtig im Umgang mit dem Generator. Er ist sehr brennbar. So. Alles klar. Wow, ich hoffe, das hat niemanden alarmiert. Jetzt auf zur Oberfläche. Okay. Na dann. Nein, nein, lasst das der Wurzeln. Es geht dir? Zo kommt, dass du aufgerufen hast. Das Ort ist gefährlich. Aber auch, ähnliches. The Eternal City reacts to its people's emotions. If they are at peace, so is the City. And so, great emotions can conjure things into existence. Then why is everything destroyed? This looks like punishment, not freedom. When the Plague appeared, so did Fear. They did not know how to fight it, and in their fear, they brought this upon themselves. Then came the High Priest. With fire, he seared the plague and those who opposed him. The masks were created to strip away fear, but they stripped away people's humanity instead. Your mask is unique. It will allow you to possess the power of the other masks. How? Show me. Die Fremde will, dass ich sie im oberen Stockwerk treffe. Zwinge dich durch die enge Stelle. Ich weiß nicht, ich hatte gerade Soundbugs, Freunde. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Das hat gerade ein bisschen sehr gekrisselt. Das hat gerade ein bisschen sehr gekrisselt. Ach ne, von hier komme ich ja. Ist das einer dieser Masken? Wenn das Aufrüsten meiner Maske mich stärker macht, werde ich genau das tun. So, warte mal hier. Ich habe meinen Beruf einmal sehr gern gemacht. Ich habe mich gewürdigt gefühlt, wenn ich die Totenmaske von Menschen genommen und für die ewige Stadt umfunktioniert habe. Ich wurde gebraucht. Sie waren so einzigartig. Keine zwei Masken waren gleich wie die Menschen, die sie trugen. Aber als der Prophet zu mir kam und auftrug, eine einzelne Gussform für jede Kaste herzustellen, Diener, Schwester, Wachen, Inquisitoren, ernannte es die große Vereinheitlichung, ein Weg, um die Seuche zu bekämpfen. Hat es funktioniert? Ich hoffe es. Nein, in Wahrheit ist es mir einerlei. Ich bin kein Künstler mehr. Ich bin ein Fabrikarbeiter und ich hasse meinen Beruf. Aber ich muss weitermachen. Denn wenn ich fertig bin, wird einer meiner Dienstmarken auch mein eigenes Gesicht bedecken. Ja, das ist alles sehr, sehr mystisch. Sehr mystisch. Das kann da ruhig drin bleiben. Missing, missing. Vielleicht ein Familienfoto? Ich habe solche Kleidung noch nie gesehen, aber ihre Gesichter und Namen kommen mir seltsam bekannt vor. Wie eine Erinnerung aus einem Traum. Seidr, Hakim, Rama und Alice. Ich muss mal kurz nochmal das Bild angucken. Sköner. Okay. Soll ich mein Gesicht da jetzt reinhalten? Achso. Ja, das funktioniert so. Wir müssen unser Gesicht da reinhalten. Dann wird da die heiße Lava hier raufgegossen. Und dann müssen wir warten, bis es abgekühlt ist. Achso. Maske der Dienerin. Jetzt sollte ich meine Maske benutzen können, um unten die Tür zu öffnen. Tschüss. Wenn du im Teckenclub bist. Das ist gar nicht, wie sich die Musik... Wie ich... Hab ehrlich gesagt sehr wenig Ahnung von elektronischer Musik. Und wie viele Unterarten es da gibt. Ich hab mal von Schranz gehört. Gibt's das nicht auch? Das klingt dann... So. So. Lass mal gucken hier. Ah, okay. Wir sehen jetzt auch die Objekte sozusagen. Die mit Energie betrieben werden. Mit Emotionen. Das ist also die ewige Stadt. Ein Albtraum. Jemand muss wissen, wo Gabriel ist. Ich glaub wir haben jetzt auch alles hier, ne? Ja. Juhla. Das ist eine Ahnung, wenn du lange da estão? Ah ja, komm mal. Unreizigerato. Informationsschreiben für Bürger ID 1489 Am 10.05. 3 wird das gesamte Apartment im Zusammenhang mit dem illegalen Erwerb und der illegalen Nutzung von Kristallen durchsucht. Der Widerstand gegen eine Durchsuchung unter dem Kriegsrecht wird mit dem endgültigen Tod bestraft. Mit dem endgültigen Tod. Versteck. Versteck. Im Spind. Oh, was ist mit dem Sound los? Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Bei mir ist gerade übelster Soundpack. Und das kommt nicht Das kommt nicht vom Spiel. Drei eins sechs. Kommt der wieder. Ähm. Hoffentlich sieht er mich hier nicht. Mach das mal. Hä? Hä? Was war denn das? Wo kam der denn jetzt her? Okay. Okay. Freunde, ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier im Schrank und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao. Bis zum nächsten Mal.